Schnell alle Infos auf einen Blick. Hardware, Software, garniert mit dem Logo der Distribution. Und dabei auch noch dekorativ aussehen. Das war die Aufgabe von NeoFetch. Im April hat sein Entwickler das Tool in Rente geschickt und das GitHub Repository archiviert. Die meisten Distributionen bringen es zwar immer noch in den Paketquellen mit, zum Beispiel Nobara und Manjaro, aber künftig dürften da zunehmend Probleme auftreten. Das heißt, ein Nachfolger muss her. NeoFetch ist beliebt, weil man damit schön einem Desktop-Screenshot auch gleich noch die zugehörigen Infos mitgeben kann. Wie Desktop-Umgebung, Window-Manager, Theme, Icon-Theme, Schriftart und Hintergrundbild. Das macht's für andere Leute einfacher, solche Sachen einfach nachzubauen. Alternativen zu NeoFetch gibt's so einige. Eine davon ist FastFetch. Aufrufen kann ich das Tool einfach mit dem Kommando FastFetch. Wie die Ausgabe von FastFetch aussehen kann, das zeigen ein paar Presets, die gleich mit dabei sind. Sie demonstrieren die verfügbaren Module, zeigen verschiedene Farben, Linien, Punkte, Trenner und so weiter. Fangen wir damit vielleicht mal an. Um FastFetch mit einem Preset zu starten, gibt man dem Aufruf einen passenden Parameter mit. Und zwar "--config oder kurz "-c". Alle Presets zeigt der Befehl FastFetch "-list-presets". Unter Nobara und Manjaro bringt FastFetch ein paar Beispielkonfigurationen vergleichbarer Tools mit. Zum Beispiel NeoFetch, Archie, PaleoFetch und ScreenFetch. Die kann ich mit dem gleichnamigen Parameter aufrufen, zum Beispiel FastFetch "-c Archie". Besonders groß sind die Unterschiede nicht. Spannender sind die eigenen Presets, die FastFetch noch mitliefert. Die liegen in einem Unterverzeichnis Examples und tragen im Dateinamen die Zahlen 2 bis 24. Deshalb rufe ich sie mit FastFetch "-c examples-nummer auf. Statt Nummer setze ich dann einfach eine Zahl von 2 bis 24 ein. Spannend an den Presets ist, dass ich die für eigene Konfigurationen als Vorbild nutzen kann. FastFetch speichert seine Konfiguration in einer JSON-C-Datei. Die bearbeite ich am besten mit einem Editor, der das Syntax-Highlighting kennt und entsprechend vervollständigt. Ich habe mir dazu als Flatpak die Open-Source-Version von VSCode installiert. Die heißt im Repository Code OSS. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Für eine eigene Konfiguration muss ich nicht bei Null anfangen, sondern ich lasse mir von FastFetch erstmal ein Grundgerüst bauen, und zwar mit fastfetch-minus-gen-config. Der Befehl legt im Home-Verzeichnis unter .config fastfetch die Datei config.jsonc an. Die mache ich jetzt im Editor auf und kann dann damit experimentieren. Wenn ich im Terminalfenster einfach nur FastFetch eingebe, dann kommt die Konfiguration aus der soeben generierten Datei. Jede Zeile entspricht dabei einem Modul. Um rauszufinden, was es für Module gibt, tippe ich fastfetch-c all. Bei mir listet FastFetch dann sogar mein Focusrite-Audio-Interface auf, Datum und Zeit, jede einzelne Partition, die Anzahl der Pakete, die installiert sind, wann ich mich eingeloggt habe und sogar den Wetterbericht. Jetzt kann ich einzelne Zeilen aus der Anzeige entfernen. Steht ein Modul bereits in der Konfigurationsdatei drin, setze ich an den Zeilenanfang zwei Schrägstriche, um es auszukommentieren, und speichere die Datei. Beim nächsten Aufruf fehlt die Zeile dann einfach. Auskommentieren ist in diesem Fall übrigens besser als löschen, denn so kann ich das Modul bei Bedarf einfach schnell wieder hinzufügen, wenn ich es mir anders überlege. Jetzt zum Feintuning. Wenn man Linien, Punkte und Farben definiert, kann ich mir aus den Presets einfach abschauen und das dann mal rüberkopieren. Die liegen im Verzeichnis UserShare FastFetch Presets Examples. Wenn ihr so wie ich Code OSS als Flatpak installiert habt, könnt ihr auf dieses Verzeichnis aber gar nicht zugreifen, weil dem Flatpak die entsprechenden Zugriffsrechte fehlen. Dann könnt ihr entweder im Dateimanager die Datei ins Home-Verzeichnis kopieren und sie da aufmachen, oder ihr passt die Zugriffsrechte des Editors in den Plasma-Systemeinstellungen oder mit FlatSeal an. Zu FlatSeal habe ich übrigens schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch ebenfalls in der Beschreibung. Die Module, so wie in der Standardkonfiguration, einfach untereinander aufzulisten, ist die simpelste Konfigurationsmethode. Für eine bessere Aufteilung kann ich auch Leerzeilen einfügen, das ist schon mal ein bisschen hübscher. Und dazu schreibe ich dann einfach Break in eine Zeile und setze es in Anführungszeichen. Will ich aber Details wie die Farbe anpassen, Trenner und Symbole einfügen, muss ich stattdessen JSON-Syntax schreiben. Statt der kurzen Zeile OS kann ich zum Beispiel in zwei geschweifte Klammern mehrere Name-Wertpaare angeben. Mit Key OS lege ich dann die Beschreibung fest, mit Key Color die Farbe, zum Beispiel Red, und mit Type Doppelpunkt OS, welches Modul gezeigt wird. Weitere Beispiele gibt es in den Presets. Ich ändere das hier gerade mal für ein paar Module. Normalerweise ergänzt Fastfetch automatisch das Logo der Linux-Distribution. Das lässt sich aber auch ändern und stattdessen einfach ein anderes Logo anzeigen oder ein eigenes Logo verwenden. Wenn ich jetzt zum Beispiel statt meines Nobara-Logos mal das SteamOS-Logo anzeigen will, dann tippe ich Fastfetch-minus-Logo-SteamOS. Ich kann auch die Abstände anpassen und es zum Beispiel ein bisschen einrücken oder ein bisschen nach unten schieben oder ich kann auch ein Mini-Logo anzeigen. Der Befehl Fastfetch-minus-List-Logos zeigt, welche Distributionslogos es überhaupt gibt. Will ich ein bestimmtes Logo aus der Liste anzeigen, tippe ich Fastfetch-minus-Logo, zum Beispiel SteamOS. Will ich die Mini-Version eines Logos anzeigen, dann schreibe ich dazu minus-minus-Logo-Type-Small. Damit das Logo nicht so am Rand klebt, kann ich einen Eintrag fürs Logo anlegen und mit Padding Abstände festlegen, zum Beispiel links mit Left und rechts mit Right oder oben mit Top. Prinzipiell kann man statt der Distributionslogos auch ein eigenes Bild anzeigen, also zum Beispiel eine PNG-Datei. In den Programmen Konsole und Kitty sieht das ganz normal aus, in der Terminal-Emulation Blackbox ist das Bild dann verpixelt. Einige von den Beispielkonfigurationen zeigen häufig auch so kleine Symbole bei den Beschreibungen oder zwischen den Eindringern, also als Trenner. Um die einzufügen, gibt es mehrere Möglichkeiten. Fastfetch kennt bereits zu jedem Modul ein Icon. Damit die aber auch angezeigt werden, muss ich oben in der Konfiguration einen Abschnitt Display einfügen. Und schließlich kann ich mit Key die Icons an- oder abschalten. Der Wert Both zeigt sowohl Icon als auch Beschreibung, String zeigt nur den Text, Icon nur das Icon, klar, und bei None sehe ich keins von beiden. Als Separator kann ich ein Zeichen eingeben, das dann direkt vor den Infos steht. Ich habe hier zum Beispiel einen kleinen Pfeil reinkopiert. Den kann man aber auch direkt als Unicode-Zeichen da reinschreiben. Bei den Farben kann ich aus einer Reihe von Optionen wählen. Steht nichts zwischen den Anführungszeichen, dann verrät mir Code OSS, welche Werte möglich sind. Ich habe mit dem Unterstrich einen grauen Pfeil verwendet. Ihr seht schon, man kann hier ziemlich viel Zeit versenken oder man kann einfach eins von den Presets nehmen und sich nur ein paar Module auswählen. Oder wer will, kann auch auf GitHub stöbern, denn viele Leute veröffentlichen da ihre Fast-Fetch-Konfiguration und das lohnt sich, das mal anzugucken. Das war es erstmal von mir. Euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.